Ihr hört Chaka, Huhn voraus von Mara Andeck. Gelesen von Monika Oschek. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Ferienfrust beim Sonntagsfrühstück. Ah, schissima Tuggi. Das ist ja voll fies. Aber wahr. Wir fahren dieses Jahr nicht in die Ferien. Ich bin so sauer. Und ich hab nicht mal wen, den ich anschreien kann. Denn hier kann keiner was dafür. Das Ferienhaus, das wir schon vor einem Jahr fest für diesen Sommer gemietet haben, ist nämlich doch nicht frei. Weil es abgerissen wird. Abgerissen? Weg? Für immer? Das wundertollste Haus der Welt? Das kann doch nicht wahr sein. Tja, ist es aber. Hey, wir fahren da jedes Jahr hin. Es ist direkt am Meer. Und super alt und gemütlich. Und windschief. Und wenn es stürmt, knarzt es wie ein altes Schiff. Und man hat das Gefühl, damit ins Meer geweht zu werden. Wo gibt es denn sowas noch? Außerdem leben da Seehunde auf einer Sandbank. Man kann sie von der Terrasse aus sehen. Ich wollte dieses Jahr einen Zähm. Menno, ich hatte Pläne. Dann fahren wir eben woanders hin, sagt Feli, meine große Schwester, die neuerdings ganz lange hellblonde Haare haben und nicht mehr Feli heißen will, sondern Fee. Und sie wirft ihre Haare mit einer so schwungvollen Bewegung zurück, als würden sie schon bis zum Po reichen. Dabei gehen sie ihr nicht mal bis zu den Schultern. Übrigens sind sie auch nicht hellblond, sondern so hellbraun wie der Dackel unserer Nachbarn. Cool, wir fliegen nach Ägypten, sagt Leon, mein großer Bruder, der zum Glück immer noch Leon heißen will. Nur nicht mehr Löwchen, was Mama oft zu ihm sagt. Weil sein Name angeblich Löwe bedeutet und weil er früher so eine niedliche Wuschelmähne hatte. Aber da war er zwei und heute ist er 15 und zwei Köpfe größer als Mama. Obwohl er immer noch Wuschelhaare hat, geht Löwchen echt nicht mehr. Zu fünft fliegen? Viel zu teuer und viel zu unökologisch. Also schlecht für die Umwelt, sagt Papa. Dabei ist das doch gerade gar nicht das Problem. Hey, unser Ferienhaus soll abgerissen werden. Unser Haus, da müssen wir doch kämpfen. Wie können die einfach neue Pläne machen? Das ist nicht unser Haus, nur weil wir da wegen dir jedes Jahr hin müssen, sagt Feli, als ich mich beschwere und wirft schon wieder ihre eingebildeten Haare zurück. Es wird höchste Zeit, mal was anderes zu sehen. So, jetzt habe ich immerhin wen, den ich anschreien kann. Was soll denn das heißen? Tabea, das Haus ist wirklich schon sehr alt. Mama legt mir besänftigend die Hand auf die Schulter. Das Dach ist undicht, es regnet rein. Na und, frage ich, wo ist das Problem? Wir stellen Töpfe unter die Löcher und gießen mit dem Wasser die Zimmerpflanzen. Äh, es gibt keine Zimmerpflanzen, erinnert Feli mich. Der Wind fegt durchs Haus, selbst wenn die Fenster geschlossen sind und das vertragen Pflanzen nicht. Das ist ja das Tolle, sag ich. Man muss nicht mal lüften. Die Klospülung hat letztes Jahr auch nicht mehr funktioniert, behauptet Leon. Dabei stimmt das nur halb. Sie war ein bisschen schlapp. Ja, aber es kam schon noch was raus, wenn ich lange an der vergibten Kordel gezogen habe. Und wenn das dieses Jahr noch weniger ist, können wir ja nachhelfen. Dann nehmen wir dafür eben das Wasser aus den Töpfen, sage ich. Problem gelöst. Und überhaupt, abreißen ist unökologisch. Man soll nicht einfach wegschmeißen, was man nicht mehr braucht. Man soll fragen, ob andere davon was haben wollen. Das sagt ihr doch immer. Und ich will unser Haus sowas von. Kinder, wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Diskussion, sagt Papa. Das Haus wird abgerissen. Die Besitzer haben es so beschlossen und wir können daran nichts ändern. Ein anderes Haus am Meer für fünf Leute ist leider auch nicht mehr frei. Und deswegen bleiben wir dieses Jahr daheim. Punkt. Lasst uns jetzt lieber überlegen, was wir stattdessen machen. Na, was soll hier zu Hause...